Das war knapp, ey. Ich hab echt gedacht, dass es entweder Dalu oder Kapuze ist. Wieso hört kein Detective, wenn ich den calle? Siehst du, ich war's nicht, Dalu. Die werden nämlich alle explodiert, wenn sie dahin kommen. Du hast es selber immer gesagt. Ja, natürlich. Ich hätte dich zuerst erschossen. Dass das ein Fehler ist. Falsche Anzeige. Falscher Alarm. Alarm. Ich glaub, unsere Bestellung wird doch wieder nicht abgeschickt. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Jörg sind verdächtig. Dalu und ich sind Detective. Dalu und Frau Hunger. Das heißt, wir müssen woanders bestellen. Early Boy. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Geht's dir gut? Bist du runtergefallen? Bettenschlacht. Ich hab's gesehen. Jörg sind verdächtig. Schnell weg hier. Ich bin Superman. Hebt ab. Ich will Salat. Oh, oh. Tico macht mir Angst. Ich will Salat. Julia kriegt keinen Salat. Man findet keine Freunde mit 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 Salat. Ich will doch keine Freunde. Ich will nur was zu essen. Ich krieg auf einigen Person. Ha ona! Horchi! Geh weg von der Tür! Ne, ich mag Türen. 엃! Geh du solltest da weg gehen. Awow! Aber ich mag Tür... Tür wird geöffnet Horchi! Ich bin auf der Suche nach einer Schottkart. Oh, Horschi hat's erwischt! Das war Goro bei. Goro hat Horschi gekehlt. Anne, 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 Anne! Anne ist es, Anne ist es! Ja, ich schieß grad auf sie. Sie ist im Haus rechts. Komm, ich krieg sie, ich krieg sie. Ich krieg sie nicht! Oh, das Monster! Ich hab Anne getötet. Sag, das war lustig, was da passiert ist. Da ist einer weggeflogen. Wo ist sie? Ich hab Shigo getötet. Ich hab Shigo getötet. Ich hab Shigo getötet. Totaler Käse. Käse? Nefi redet nicht, Leute. Ich hab schon immer gesagt, Shigo war Traitor. Er hat schon wieder einer Props geworfen. Ja, das war einfach nur Render. Ich hab um ein Haar Dalu grad getötet. Ich hab fast kein Leben mehr. Crabz? Aber hör ich! Haben die dir was getan? Du hast ja einen Treffe. Aua, 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 aua! Wieso, aua? Was passiert? Ja, ich werd dir von den Props getroffen. Das ist meine Absperrbandgang. Sag ich dir nicht das Geheim. Sag ich dir nicht das Geheim. Wer tradert hier rum? Wer hat den Rollladen hier runter gemacht? Ich glaub, Goro ist es. Oh, ich glaub auch. Ja, Goro ist es! Ja, es ist es. Die werden noch angeschossen von Krabs. Nein, Krabs kannst du nicht sein. Ich hab falsch geschossen. Ich hab mich verschossen. So, genial. Ich denk mir nur... Ich wusste sofort, dass Anne es war. Weil sie die steht, guckt mich an und überlegt... Hast du gesehen, wie sie mich böse noch aus dem Jenseits... Ja, weil... Da ist jemand tot. Du bist die Einzige, die auf dieses Ding denkt. Mirror fake. Jedes Mal. Ich hab mir schon gedacht, wenn der jetzt stirbt, geht da bloß keiner hin. Ja. Er hat's rumgemacht. Grabs ist tot. Ach nee. Das Handygeräusch kommt von Kapuze. Aus Österreich. Wir hören deine Schwingung von Österreich bis hierher. Aber ich höre ich jetzt selber. Ja, weil dein Handy klingelt. Ja, weil dein Handy klingelt. Der Führer ruft an. Der Führer. Schau mal hier. Ich hab den Sessly und glaube, es ist Good Gaming. Darf ich mich reinsetzen? Ja. Aber geschossen! Anne ist Traitor! Gar nicht! Okay! Wenn so früh geschossen wird, kann's Anne nicht sein. Kapuze Dalu! Wir haben die letzte Runde auch gemacht. Hallo, no, no. Ein Ding ist es auch. Ein Good Gaming ist es auch. Sie macht grad blödes Zeug. Ich glaube eher, dass du es bist. Sieben Traitor. Ja, ich glaub's an eine INCI! Die Schruppschupp ist... Hey! Wer war das? Da wollte ich hin! Kennst du das innoC Passwort Early? Ja. Sag mal. I-N-N-O-C-E-N-T. Oh, das hab ich auch. Okay. Was ist jetzt? Eine einstündige Waffe? Okay. Nein! Was denn? Du hast den Dino gesagt, du brauchst an einer Waffe. Ich kann es doch aufgeschrieben haben, um mir ein Cell. ich habe mich wieder angeschossen du bist runtergeüpfung so ein quatsch ich glaube ich habe einfach geschossen der schuss ist genau neben uns hier ist kaputt er hat doch gerade gesagt er hat alle getötet und ich glaube er ist warum Er hat doch auch gerade... Ich glaube, Dalu ist es. Aber er geht nicht drauf ein, das meine ich. Ja, aber er hat es doch gehört. Ja, das habe ich gehört. Ich glaube, Dalu, Nils. Na, Early, du kannst... Passt auf Dalu auf. Hier, komm mal, Dalu, Kat, man kann... Ja, hallo. Ich wollte Spaß lassen. Bitte, Nils. Bitte? Man kann da hoch einfach. Gib mir die Hand. Du musst es nur richtig machen. Nee, einfach so. Doch, als Trailer. Nils auch confirmed. Nils, gib mir die Hand. Oh! Auf dem Snipe wäre... Ach, das ist Dalu gerade. Ja, Dalu ist weiter. Ja, und Dalu kannst du auch sein. Ufasa! Nein. Da stand der nebenan als die Gespasse. Aber er hat eine Schottie in der Hand auf die Distanz. Aber es ist Dalu. Da siehst du, Goh, der kann es auch. Guck mal, der Goh, der kann das. Kein Problem. Kein Problem. Kein Problem, der ist kaputt, der John. Oh, der ist die gerade, der ist die Quartige Olle. Da flog der Plasma. Aber ich dachte, der Clubs ist tot. Wer war hier drin? Guten Tag. Warum bist du nicht tot? Was war da? Du hast mir nicht wirklich getroffen. Du bist schon ein... Nein! Ah! Goro ist es! Hey, Goro ist bei mir. Goro ist bei mir. Ich hab Earlygolde gefunden. Gib... Hier ist Anne. Hier ist eine Leiche. Ah, Leute... Au! Julia! Julia, du bist... Wenn... Kapuze auch. Schieß Kapuze. Wenn er jetzt noch Goro in Schutz nimmt... Ich hab kein Leben mehr. Ich finde es ja nicht. Die ganze Demir hat nicht auf Grants geschossen. Ich schwör's auch nicht. Aber Grants hat Goro gesagt. Kannst du bescheiden, Schigo? Ich hab's gehört. Aber er hat nicht... Er ist Kapuze. Er stand wirklich neben mir. Ja, aber vielleicht bist Kapuze auch Traitor. Ja, eben. Genau. Ah, ich werde angesnipern. Oh, ich bin's nicht. Warte, 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 Ich bin's rausgegangen, ne? Also Goro knall ich auf jeden Fall ab. Goro ist raus. Ich glaube auch, dass der vorher noch nicht geschossen hat. Kein Mist. So ist es, Leute. Ich hab immer noch... Und wenn Goro Traitor ist... Wenn du weißt, der mich angeschossen hat... Wenn du weißt, der mich angeschossen hat... Julia, Julia! Hab sie! Ja, Julia ist es doch. Ja... Ja, ich wusste... Ja, jetzt... Wir jetzt schnell noch für Goro ein Alibi verschaffen, so. Ah, ja, ja. Crap, ich... Du wusstest, dass sie einen Märtyrer hat. Ich höre doch immer M in den Schämen. Sind wir in ein Team, oder was? Ticke, ticke, ticke. Crap, ticke, ticke. Wo ist sowas von, Knoe? Wo ist er denn, der da? Wir sind Sorten-Knoe, oder? Oh, Goro! Ne, Picke, hast du mich erzeit? Ne, ist es nicht Goro. Goro war neben mir Krabs, Ligo. Kannst du mich hören? Nein, nein, bin ich nicht Goro, es hier steht hier immer noch rum. Ja, ich bin es ja auch nicht. Bei Horchi und... Gut Gaming ist es doch. Warum ich? Ich tanze hier noch auf dem Rachen. Ja, weil Grants wahrscheinlich nur das Gede ist. Seh ich, Ligo nicht mal, die mich heilen will. Lebt Dalu noch? Hier nur Crabs Warte, ich geh mal ins Haus ran Dalu? Wo bist du? Ach da bist du Oh, da oben liegt ein Lächeln Da oben liegt die Julia Ich hab Julia getötet Ich hab Julia getötet Nils hat mich angeschossen Ich hab einen DNA-Scanner Hättest Dalu schon wieder weg? Dalu? Oh, ich bin so low Ich will nicht sterben Wir haben eine heiße Stur Ja, hat doch nichts mit deiner AP zu tun Ah, war ich low gesagt Das ist witzig Komm an und zieh mich mal durch den Zaun Warte mal, gut Gaming ist für mich Ja, hallo Es muss eigentlich Kapuze und Julia sein Musst du jemanden anders geschossen haben Hey, Randale Alles gut, alles gut Kapuze, warum hast du Julia nicht erschossen vorhin, als du neben ihr standest Das ist ja die Frage Nee, wir haben doch drauf geschossen, aber dann war sie weg Nein, ich hab nicht geschossen, aber warum? Ja, Kapuze ist sowas von einer Zu 100% Wenn du mich schießt, klar Ich hoffe, du bist es bereuen Wenn du so geil drauf bist, dann bist du Nein, ich muss nur Punkte als Inno machen Ne, machst du jetzt die Bombe dran Schigo, du wirst sehen Nach der Runde wirst du nicht mehr schlafen können, weil ich tot bin Und alle glauben Bleib mal hier Ich erschieße ihn Ich erschieße ihn Ich bin erschieße ihn Dann haben wir hier den Fall gelöst Ich bin einfach Kapuze immer noch Es ist auf jeden Fall Es ist Dalu Leute, es ist Dalu Es ist wirklich Dalu Es gab eine Golden Eagle Es ist Dalu Es ist Dalu Es sind nur noch zwei Dalu Es sind nur noch zwei Ja, es ist Dalu Ich weiß ja nicht, wie viele Traitor es sind Allein das spricht ja schon für mich Wisst ihr, wie die französische Revolutionsstand gekommen ist? Frag den Dalu, der klärt sich gerne Warum? Das ist Kapuze Weil der Aufstand und so Das macht Dalu gerne Jetzt haut aber rein hier Wenn ich Trader wäre ich schon lange geschossen Ja, ja, ja Heute ist die ganze Zeit mit seinen 20 HP hinter mir hergerannt Der hätte ich schon lange weggeballert Ich hätte dich auch schon lange umballern können Ja, 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 ganz gut Ja, du verstandest so nah Ich wäre tot gewesen The good gaming is problem Du solltest Goro erschießen Ich glaub Ist doch echt dann? Warte Ja, warte Hast du eine gute Waffe für mich? Mach keinen Scheiß Ich hab ne Chance Schon jetzt Dalu Wo ist Dalu denn? Ja, jetzt schieß doch auch Dalu Knall Dalu ab Es ist Asus Ey So wie ihr euch verhaltet Gibt's noch drei Traitor Ohne will Alles Traitor Ich hab Julia gekillt Ja Wenn man jemanden fünften müsste es noch geben Du hast Julia gekillt da Ja, vorne konntest du jemanden Traitor gefehlen Das wär auch geil Ach, auf einmal Nefias oder was? Gerade war's noch good gaming Ich bin gut Ich bin gut Seid auch noch mit der Golden Eagle Hab ich geschossen Das ist übrigens die letzte Runde hier Traitor Ja, komm her du Du bist der ober Da wird geschossen, seht ihr das? Und ich bin's nicht Klar, klar Ah, happy Es ist Good gaming Good gaming? Er schau die ganze Zeit Good gaming? Ja Und Warum ich? Goro und Good gaming Ich schoss mit der Golden Eagle, du Affe Es ist Goro noch Okay, schau ich bediene dich Hätte ich schon lange abgeben können Was? Gu 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 Und Und Hat zwar lange gedauert, als konnte ich nichts mehr nach schießen Bin ich zufrieden Okay, Dalo Komm Kommst du? Ich weiß nicht wo du bist Mach ihn fertig Die hat mir voll ins Gesicht geschossen Das war voll unfair Entschuldigung Entschuldigung Nicht Entschuldigung Report Du kannst alles Freundschaft lösen Was war das? Ich hab nen Friendship Beam gesehen Von wo kommt der Laser? Der bangt bei mir rum Mist Wir können nichts Freundschaft nicht lösen Oh Gott Nein Nein In dir einfach Mir egal Was ist denn das? Wo ist er? Warum ist der Gaming wieder tot? Kann doch nicht sein Der Typ hin Da war einer Ich hab dich genau gesehen Kurze Sekunde Das kann doch nicht sein Aber hier Ich seh dich Aber hier Da Ja Schade Aber immerhin haben wir dir so ein gutes Alibi verschafft vorher Ich war's nicht dann Ja und ich auch nicht Und wer hat gewonnen Du hast immer geglaubt, dass ich es war Ich war's aber auch nicht kaputt Ihr habt alle verdächtigt Außer die Traitor Bis zum nächsten Mal, Freunde Ciao Ciao